Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Erneut Spionageverdächtige festgenommen. Drei Deutsche für China espioniert. Verhaftung von drei Deutschen aufgrund mutmaßlicher Spionageaktivitäten für China. Verhaftung von drei Deutschen aufgrund mutmaßlicher Spionageaktivitäten für China. Drei deutsche Bürger sind festgenommen worden, da sie verdächtig sind, für China spioniert zu haben. Die Inhaftierungen sind das Ergebnis eingehender Untersuchungen, die auf höchster nationaler Ebene durchgeführt wurden. Im Rahmen einer aufwendigen Razzia in verschiedenen Teilen des Landes haben Spezialkräfte des Bundeskriminalamts BKA die drei Beschuldigten festgenommen. Sie stehen unter dem Verdacht, über einen längeren Zeitraum sensible Daten an Informanten in China weitergegeben zu haben. Dies geht aus Informationen des Bundesjustizministeriums sowie des Bundesinnenministeriums hervor. Quelle Bundesjustizministerium, Bundesinnenministerium. BKA-Präsident Holger Münch betonte in einer offiziellen Erklärung, dass die Verhaftungen ein Zeichen dafür seien, dass Deutschland bereit sei, seine Sicherheitsinteressen zu verteidigen. Er betonte weiterhin, dass diese Maßnahmen unabhängig von den diplomatischen Beziehungen Deutschlands eines einzelnen Staates durchgeführt werden. Quelle Bundeskriminalamt. Ebenfalls involviert in den Fall sind das Bundesamt für Verfassungsschutz, BfV, und der Bundesnachrichtendienst, BND. Beide Institutionen unterstreichen die immer deutlich werdende Bedrohung durch ausländische Spionageaktivitäten in Deutschland. Die aktuelle Situation stellt eine ernsthafte Bedrohung dar und bedarf umfangreicher Ressourcen und Anstrengungen zur Bekämpfung. Quellen, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst. Die chinesische Regierung hat bisher keine offizielle Stellungnahme zu den Verhaftungen abgegeben. Die deutsche Regierung hat jedoch angekündigt, einen konsequenten und starken Standpunkt gegenüber denjenigen zu vertreten, die versuchen, in Deutschland illegale Aktivitäten auszuüben. Quelle, Bundesregierung. Die anhaltenden Ermittlungen könnten zu weiteren Verhaftungen führen, während die Behörden ihre Bemühungen fortsetzen, ausländische Spionageaktivitäten in Deutschland zu bekämpfen. Anita Farke, Montag, 22. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.